Da geht's dann wieder irgendwo runter, aber ich fliege da wirklich noch nicht hin. Da komme ich auch nicht wieder hoch. Komm ich hier auch nicht wieder hoch? Hallo, da kommst du voran, Indy. Indy. Hallo. Nee, oder? Oh, nee, jetzt bin ich wahrscheinlich falsch gelatscht. Verdammt, nicht schön. Blöde. Ah. Brunnen. Das funktioniert nicht. Übrigens scheinbar unendlich vorhanden ist, also der endet nicht der Brunnen. Also ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, weil ich nicht ganz weiß, wo ich es eigentlich landen muss. Ähm, ja. Ah, okay. Revolver-Munition, gut. Revolver-Munition, gut. Revolver ist besser als die Lager. Oder der, der Luger, oder wie ich es aussprechen muss, weiß ich nicht genau. Ja. Ich hab da eine Idee. Genau das hier. Da unten ist nichts, da muss ich also nicht versuchen hinzukommen. Volver nachladen. Das sieht wichtig aus. Ah, okay, da brauch ich einen Scheitknüppel für. Kommt das Ding da weg. Funktioniert nicht. Ja, dann nimm, du, 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 du hast den Balken wegnehmen. Kannst doch nicht funktionieren, wenn du den Balken da weiter hast. Hebel, Griff, Angriff. Oh. Normal. Okay, ich seh grad nichts. In den klettert auch die Leiter hoch. Okay, ich muss also irgendwas mit dem Hebel machen, um die Leiter da zu aktivieren. So wie das, dass ich grad für mich aussah, ausschaut. Ausschauen, tun, tun, tutu, tutu, tutu. Benutzen. Zehn Minuten bis zur totalen Zerstörung der Menschheit. Was jetzt sehe ich jetzt die ISS? 1945 die ISS im Weltraum, hä? Tür aufbrechen! Die Sache gefällt mir nicht. Hm. Das Sternbild des Orion. Sie sind ein roter Mann, Jones. Ja, lass mich raus. Rekanna, schnapp ihn! Schieß deine selbst, das ist mir egal. Wee! 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 Wir brauchen Unterstützung. Ich glaube, eigentlich soll ich da wegrennen vor diesen Leuten, aber ich kämpfe jetzt immer gegen die. Ja, ich mache jetzt natürlich wieder so, wie es gewollt ist, mit der Ich-Entkomme-Methode. Doch, wohin nur? Ah, ah, oh, was so? Der Amerikaner! Oh, oh. 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 Zeigen Sie, was ich... ...könne, Dr. Jones. Ja, dann hier. Fäuste nehmen, Jonesy. Jonesy, Jonesy. Johnny Boy, keine Ahnung, wie ich ihn nennen soll. Dr. Octopus. Das funktioniert nicht. Okay, ich kann Rüstung zerstören. Oder umwerfen. Interessant. Interessant, interessant. Sehr interessant. Ach, er ist weggeglitscht. Bei Schatten des Todes. Dann kann ich so nicht zuschlagen. Schade. Nee, komm schon, wir nehmen jetzt Peitschern und dann Nummer 1. Schalalalalalalala. So gefällt mir das schon besser. Das funktioniert nicht. Jonesy, der Pseudo-Archäologe, ne? Eieieieiei. Eieieiei. Eieieiei. Ich hab eine Idee, ich hab eine Idee, ich hab eine Idee, ja, ich hab eine Idee. Eine Idee, die habe ich. Ja, ja, ja. Und du nicht. Nur ich hab die eine Idee. Schalalalala. So. Nee, da noch nicht, ne? Ich muss jetzt da. So. So. Rüber. So, runterfallen. Und ich bin tot. Scheiß gesperrtes Gebiet. Ah. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Ich weiß nicht, ob ich jetzt da starte, wo ich die Rolle genommen hab, oder wo ich im Level ankomme. Wo ich im Level ankomme. Also, das war gerade ein bisschen... Blöde. Gemein. Ja. 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 Die ganze Zeit wieder hoch. Mimo mich selbst nie wieder versuchen, Gebiete zu betreten, die man nicht ganz einfach erreichen kann. Oh. Oh, 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 oh. Passt auf. In diesem Schloss gibt es jede Menge Sprengfallen. Ja, dieser Ort macht mir Angst. Okay. Hier geht es aus. Jede Menge Sprengfallen. Ist ja schon mal gut zu wissen. Ja, mein Einer Kumpel da liegt auf mir rum, ja, ne, aber ich muss weiter rauchen. Ah, Mann, bin ich fies. Ich schieße heute Leuten in den Rücken. So wie es sich gehört. Da war ein Medi-Kid. So, hier ging es runter. Dann komme ich da rein. Ach, ne, da muss ich ja später hin. Jetzt geht es hier lang. Dann noch mehr MP40 Muni ein, obwohl ich, glaube ich, die ganze, ganze Teil voll habe. So, diesmal geht er nicht runter, obwohl ich nämlich dachte, dass man... So, äh... Das ist halt, dass man, äh... Da jetzt, da, wo der ganze E-Pol-Undes noch hin zu lang gehen könnte und irgendwo ins Spiel erreichen kann. Aber nein, man kann es nicht. Da ist Todeszone. Zone des Todes, wegen Todeszon, 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 Todeszding. Kennen wir schon, müssen wir die nochmal angucken. Können echt alles kaputt machen, oder? Was ist rausgefallen? Ach, Tischbein. Ich dachte schon, da wäre jetzt irgendwas Wichtiges rausgefallen. Sowas wie... Ein Secret fällt aus dem Tisch raus. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Die Tür aufbrechen! Die Sache gefällt mir nicht. Sie sind ein roter Mann, Jones. Das ist doch wirklich incr Dallas. Nee 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 Nee.